Über den rechten Aufgang in den Palast. Auf dem rechten Aufgang stehen zwei Waren, die sich grinsend über ein scheinbar schlüpfriges Thema unterhalten. Sucht Boron den betrogenen Ehemann und bringt ihm die Kunde. Einer der Wachleute hatte ein Schäferstündchen mit der Frau des Arbeiters Boron. Die Wachen verachten Boron, scheinen aber Respekt vor seiner Stärke zu haben. Wenn dem Boron die Nachricht bringt, wird er den Übeltäter vielleicht zurechtstutzen. Das haben wir schon mal gemacht. Und jetzt als nächstes das Getränk. Auf diesem Tisch steht ein graunes Wasser. Hier scheinen die Wachen des nahen Tores hier in Durst zu stehen. Dem Füllstern nach zu urteilen tun sie dies wohl nur widerwillig, was euch bei dieser schmutzigen Brühe auch nicht wundert. Den Wein auf den Tisch stellen. Der Wein sieht neben dem fauligen Wasser recht verlockend aus. So. Palastwache Syrio. Hoppla! Da hat jemand Wein hingestellt! Den lassen wir uns doch nicht entgehen! Kommt! So, die beiden hauen ab und betrinken sich. Dadurch sind jetzt beide Tore eigentlich unbewacht. Und wir können den Dietrich verwenden. Und haben nochmal Erfahrungspunkte gekriegt. Ja, das Hauptproblem hier jetzt an dieser Stelle äh, sind die Palastwachen. Also die richtigen Palastwachen. Nicht diese Palastwachen. Übrigens ist das ja auch eine Palastwache, lustigerweise. Ah, das heißt die Stadtwachen hier. Vielen Dank. Okay, nein, das wird mir nicht reichen. Der kommt mir entgegen und dann würde ich mit ihm kämpfen müssen. Und gerade mit dem Palastwaren kämpfen, da habe ich sowas von gar keine Lust drauf. Wer seid denn ihr? Euch habe ich hier ja noch nie gesehen. Hier wollen sonst nur Gärtner oder Diebe rein. Und wie ein Gärtner seht ihr mir nicht gerade aus. Da wird die Wahl doch ziemlich eng. Ich gebe euch jetzt Gelegenheit, unverletzt von hier zu verschwinden. Aber nur, weil ich meinen guten Tag habe. Los, verschwindet! Gut. Dann sage ich mal Tschüss. Armen wir uns lieber mit den armen Bluthunden hier. Kämpft! Zeit zu sterben! Verteidigt euch! Oh, der Bluthund bewacht hier oben eine Truhe. Und ja, die Bluthunde, die respawnen auch mit der Zeit. Weil ich glaube, gab es hier ein Zwingergebäude? Nö. Vorsicht! Verteidigt euch! Oh, der Hund ist nur angeschlagen. Tut mir leid, ich erlöse dich. Von deinem Leiden. Ich weiß gar nicht, haben wir das das letzte Mal aufgesammelt, was da oben umlag. Die Palastwache hat übrigens einen anderen Schild. Äh, jetzt muss ich das nur noch anklicken können. Ah! Spalter, Gottesträne und Zauber. 15.000 Aria pro Brunnen. Hei, hei, hei. Deswegen sind die Becken auch voll bis oben hin. Das heißt, in jedem Becken sind 3.000 Aria. Ja. Ja. So, warten wir bis der wieder da in die Richtung geht. Oder geht der im Kreis? Weiß ich gerade gar nicht. Ne, er dreht um. Jo, Quest-Buf wurde aktualisiert. Sergejant, was hat das mit dem Tor und dem Schlüssel zu bedeuten? Na, was wohl? Der Garten der Adriade wird verschlossen, du Tölperl! Keiner darf mehr die Frau unter dem Baum sehen. Es sei denn, es ist der Kaiser persönlich. Aber warum muss ich hier eine dumme Kiste bewachen? Soll der Kaiser seinen Schlüssel doch selbst herumschleppen? Du hast das nicht zu hinterfragen, Kerl. Irgendjemand wird den Schlüssel schon abholen. Bis dahin bewachst du die Kiste. Mann, ist das klar? Ja. Ja, was? Jawoll, Sergejant. Also. Ja, leg dich wieder hin, du Stinktier. Geh zur Palastwache, haben sie gesagt. Da erlebst du was, haben sie gesagt. Kisten bewachen. Pah! So. Ja, beutet die Schlüssel aus der Kiste im Palastgarten. Das Portal zum Drianheim wurde mit einem Tor verschlossen. Konntet ihr einige Machtmänner belauschen? Der Schlüssel ist in einer Kiste im Palastgarten, welcher von Soldaten bewacht wird. Erwarten wir, bis der Sergejant zurückkommt. Und wie da geht. So, dann komm du mal mit. Ich will nämlich nicht wieder gegen den Sergejant kämpfen. Zeit zu sterben. Verteidigt euch! Kämpft! So. Quispo wurde aktualisiert. Da ist Nandini. Ist hier hochgelaufen? Hey, ihr da! Wer, ich? Psst, ja. Hört mal. Ich hab euch ein unglaubliches Angebot zu machen. Seht, hier hab ich eine mächtige Waffe. Den Titanenhammer. Diesen Hammer könnt ihr verwenden, wenn ihr euch ein wenig mit großen Schlagwaffen auskennt. Dies ist eine Waffe für Helden. Große Schlachten hat dieser Hammer gesehen. Wenn ihr mit ihm trefft, Birst, Stein... Ich sehe, ihr seid interessiert. Ich mach euch ein Angebot. Noch einen wertlosen Plunder kann ich nicht gebrauchen. Ihr wollt falschen? Nun gut, lasst mich überlegen. Für 300 Goldstücke soll der... Nö. Guck, dass du wieder weggehst, Nandini. Ich will die Zerbit-Träne, nicht den Hammer. Vor allem nicht für 300 Goldstücke. Gut. Äh, in den Triadenhain. Also Nandini kommt doch noch. Du bist schwach. Dein Hain verwelkt. Deine Macht schwindet. Das Wasser ist voller Gift. Es tötet den Hain und mich mit ihm. Dann komm mit mir. Sei endlich meine Kaiserin. Ich kann dich schützen. Ihr könnt mich nicht besitzen, Kaiser. Die Gunst deiner Triade kann nicht erzwungen werden. Und ich bin an diesen Hain gebunden. Ha! Gärten und Pflanzen. Ich kann dich in Gold und Geschmeide hüllen. Dieser Hain ist eine Erinnerung an das, was Xu früher einmal war. Er ist wichtiger als alles Gold eures Reiches. Er kümmert mich nicht. Nur du. Und bald wirst du mich nicht mehr abweisen. Das Gift ist so stark. Ihr Götter, auch wenn ihr mich verflucht habt. Helft mir. Ja, dafür sind wir ja da. Flop. Baustufe 34. Das heißt, wir können hier einmal hochgehen und unsere Stärke erhöhen. Das heißt, wir können auch hier, ja, den rausschmeißen und den rausschmeißen, weil wir die beiden benutzen können. Ja. Wobei packen wir alles noch da drüben? Packen die ihn da hin? Gut. Hi, Jungs. Vorsicht! Machen wir mal einen Kampfschrei. Treffen natürlich nix. Oh doch. Zeit zu sterben. Zurück mit euch. Genau, während der Kampfschrei aktiv ist, treffen wir fast nie. Achtung! Verteidigt euch! Kämpft! Hier ist nirgends ne Kiste. Oh, dann nö. So, was sagt die Quest? Die letzten der Triaden. Ihr habt den Triadenreihen erreicht. Der letzte Fleck der Lebenskraft im Kang-Soo. Nun geht es, die Triade selbst zu finden. Findet die Triade. Ihr Wern im Herzen des Seins sollte die Triade zu finden sein. Achtet auf die Palastwachen. Sie werden euch als Eindringling betrachten. Ja, im Schatten des Phönix. So ist ja auch die Erweiterung. Gut, rufen wir noch unsere Jungs. Vor allem die Großen hier. Es sollten auch die Speipflanzen funktionieren. Das haben sie ja das letzte Mal, als wir hier waren, nicht? Stehe bereit. Verstanden. Was wünscht die Ruhne? Ja, ne auch hatte Heilung. Zu euren Diensten. Alles klar. So, und jetzt würde ich sagen, speichern wir mal. Jetzt gleich Schatten überschreiben. Und dann sehen wir uns gleich wieder.